Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Wir sind hier immer noch Privatdetektiv Jack Del Niro, natürlich. Und wir sind im Polizeirevier und wir wollen uns Zugriff zum Archiv verschaffen. Und da so ein neumodisches Dingens, haben sie einfach eine Person wegrationalisiert. Einen alten Beamten, der ist in Rente gegangen und wurde ersetzt durch ein Kartenlesegerät. Naja. Und da muss man so eine Lochkarte durchziehen. Und da hat der Jack gesagt, dass die Kate bestimmt auch so ein Ding hat. Und die Kate ist nicht da und ihr Büro ist wahrscheinlich verschlossen. Sieht so aus, als sei Victoria nicht da. Okay, dann müssen wir irgendwie rein. Rein mit dem Dietrich. Ach, der hat uns schon gute Dienste geleistet. Tja, ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich auch nicht, Jack. Oh nein, nicht schon wieder. Klick, klack, kluck. Hm. Moment. Und absolute Stille, bitte. Ruhig. Ganz vorsichtig. Klack. Ha. 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 Es funktioniert nicht. Zack. Und überspringen das Ganze. Ach, es ist schön, dass es diesen Knopf gibt. Und dass sie den in dieses Spiel eingefügt haben. Denn das wäre sonst echt so nervige Frickelarbeit. So, jetzt ist offen, hoffe ich. So, hier ist ein Sessel. Hier war irgendwie eine Karte. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Wir brauchen hier eine Lochkarte. Was haben wir denn hier? Hier nicht Schubladen aufmachen. Das ergibt keinen Sinn. Schubladen aufmachen? Klar. Nein. Ich bin nicht hier, um meine Nase in Victorias Angelegenheiten zu stecken. Nein, gar nicht. Bricht in ihr Büro ein und will aber die Nase nicht in ihre Angelegenheiten stecken. Wir brauchen hier irgendwie die Karte. Die wird doch hier wohl irgendwo sein. Die Schreibtischschubladen. Ein praktischer Platz, um die Zugangskarten fürs Archiv aufzubewahren. Aha. Und da willst du deine Nase reinstecken. Na toll. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was in den Schubladen ist. Zu dunkel. Haben wir doch eine Taschenlampe. Ja. Mal sehen, ob ich die verdammte Zugangskarte fürs Archiv hier finden kann. Es gibt hier so eine Art Kombinationsschloss, das die letzte Schublade verschließt. Und wieder ein Rumgeklicke hier. Machen wir mal. Ach so. Okay. Moment. Alles grau. Funktioniert schon mal nicht. Grün. 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 Auch nicht. Tja. Alter, was will der mir damit sagen? Gibt es hier irgendwie einen Hinweis auf die Farben? Hm. Weiß ich nicht. Gibt es hier irgendwie einen Hinweis auf die Farben? Das muss ich ja alles durchprobieren. Eine Karte von New York. Und ein paar alte Fotos von Mexiko. Da kommt Victoria her. Mexiko. 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 Eine Karte von New York. Okay. Mexiko. Grün. Weiß. Rot. Ist die... Ist die Flagge. Grün. Grün. Wo ist das? Weiß. Grün. Weiß. Rot. Das ist weiß. Und... Mann. Äh. Und jetzt? Schade. Hätte mich gefreut. Moment. Das ist auch grün. Grün. Weiß. Rot. Funktioniert nicht. Schade. Hätte ich echt gedacht, dass das... Ne. Das ist grau. Hm. Dass das die Nation vielleicht in einer anderen Reihenfolge. Weiß. Äh. Ich meine Rot. Weiß. Und hier Grün. Auch nicht. Hm. Das ist türkis. Vielleicht ist das auch... Als national... Ne. Mann. Grün. Weiß. Grün. Weiß. Rot. Das wäre das Einzige, was mir einfällt. Die kommt aus Mexiko. Das ist doch der einzige Hinweis, den es hier gibt im... im Büro. Das ist blau. Oh. Die Kombination war die mexikanische Flagge. Victoria und ihre Sentimentalitäten. Verstehe ich nicht. Da hatte ich wahrscheinlich immer ein anderes Grün. Hellgrün oder so. Meine Fresse. So. Was haben wir denn hier? Werbung für einen Fährbetrieb, der Manhattan mit Glen Cove verbindet. Vielleicht hat Malone Victoria dahin geschickt. Okay. Und was haben wir hier? Oder wir nehmen es einfach. Die Zugangskarte zum Archiv. Die nehme ich mit. Ich hoffe, es macht Victoria nichts aus, dass ich ihre Karte für eine Weile ausburger. Ich sag mal so. Interessiert keinen. Fragen können wir so eh nicht. Und hier schon wieder hier diese... Der Staub. Alles verdreckt hier. Gut. Dann gehen wir damit mal ins Archiv. Probieren die aus an diesem Kartenlesegerät. Mit Lochkarte. Oh ja. Ach, siehst du. Jetzt hat er hier den Slot gefüllt. Komisch. Wie war das noch? Sesam öffne dich. Macht sogar Piep. Alter, Alter. Jetzt sind wir hier und suchen nach... Eine Akte von Samuel irgendwem. Gibt's doch bestimmt hier ein Inhaltsverzeichnis oder sowas. Als ich noch Polizist war, war das Sams Stelle. Er leitete das Archiv. Er wusste immer genau, wo sich welche Akte befand. Du nanntest ihm einfach einen Namen und er wusste in welchem Regal und auf welchem Brett du fündig würdest. Er war ein guter Knabe. Ein guter Knabe, dessen Job es war, Berichte über Mord und Totschlag einzuordnen. Äh. Ich sehe hier nichts Interessantes. Okay. Was ist das? Irgendwo müssen wir doch... Können wir nicht alles durchsuchen. Interessant. Wenn man den Namen der Person, die man sucht, hier eingibt, kriegt man die Nummer seiner Akte. Na genau. Ich frage mich, was der alte Sam wohl denken würde, wenn er wüsste, dass er durch dieses Gerät hier ersetzt wurde. Genau sowas habe ich doch gesucht. Äh. Name. Name ist... Nee, nee, nee. Samuel Cotter. Ja, genau. Das... Das... Danach wollen wir doch suchen. Also, das war dieser Anwalt, der da... S... A... Äh... Nee. Zurück. Löschen. Alter. Löschen. 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 Geht das nicht? Zurück. Keine Akte. Ja. Äh. Mann, nochmal. Äh. Äh. Hier. Ah ja. Gut. Äh. S... A... M... Sam... Johann. Wenn man sonst nur eine... Eine Quertz-Tastatur gewohnt ist, ist das hier gar nicht so einfach. So. Und... Ähm... Zunahme. Nachname ist... Cutter. C... U-T-T-E und Rrrr. So, jetzt such mal. Samuel Kattas Akte ist die Nummer 6120057. Sollte ich mir merken können. 6120057. 612 Das müsste doch hier dann irgendwie sein. 0057. Ohne die Identifikationsnummer der Akte, die... 612, ne, dann ist es... äh, der nächste Gang quasi. 6120057. Aber... Akte 6120057. Samuel Katter. Hat er sich gemerkt. Da bist du ja, Samuel Katter. Okay, so. Katter. Kein Alias-Name. In Toronto geboren. 87. geboren, genau. Single und Rechtsanwalt gewesen. Fingerabdrücke. Samuel Katter. Anwalt. Am 7. Mai 1933 wegen der Ermordung von vier Polizeibeamten in Haft genommen. Okay. Kann man hier blättern? Oh ja. Das ist die Zusammenfassung der Gerichtsverhandlung, in der Katter der Ermordung von vier Beamten angeklagt war. Urteil. Unschuldig aus Mangel an Beweisen. In dieser Stadt hängt deine Unschuld davon ab, wie gut deine Anwälte sind. Katters Anwälte müssen die Besten weit und breit gewesen sein. Okay. Hier haben wir den Bericht über Katters Haft. Das sieht sehr nach der Handschrift von Malone, dieser Schlange aus. Wie Moore sagte, wurden nach seiner Verhaftung auch viele andere Mitglieder der schwarzen Lilie festgenommen. Was die Organisation effektiv aufgelöst hat. Der Boss und seine Leute wurden verhaftet. Und dann herrschte Ruhe im Karton. So ein Happy End gibt's sonst nicht mal in Filmen. Hm. Patrick Olsons Name ist bei denen, die verhaftet wurden. Das ist doch derselbe Name, den Victoria erwähnt hat, als sie von dem Fall erzählt hat, wo auch Shones Name aufgetaucht ist. Patrick Olson. Okay. Also das ist eindeutig hier Malone, würde ich mal sagen. Patrick Olson. Dann suchen wir nach dem noch mal. Ich kann mich da zwar nicht mehr richtig dran erinnern, in welchem Zusammenhang der Name aufgetaucht ist. Aber da gucke ich mir einfach noch mal Folge 3 von diesem Let's Play an. Und dann weiß ich es wieder. Patrick. 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 Mit CK und Nachname. Nachname. Tolle Maschine. Aber der alte Sam hätte mir sicherlich schneller und sympathischer helfen können. Aber so ist das. Ich meine, in Bibliotheken heutzutage macht man auch alles nur über Computer. Hat aber auch seinen Vorteil. Gerade für das Studium und so. Aber ich schweife etwas ab vom Geschehen. Wir suchen Informationen zu Patrick Olson. Patrick Olsons Akte ist die Nummer 6088-090. 6-0 sollte reichen. Wo ist denn hier 6-0? 6-0-9. 6-0-8-6-0-9 würde ich sagen. Ist dann... Ist dann... Hier irgendwo. Geht gar nicht. Kann nur hier rein. 6... Was? 6-0-9? Akte 6-0-8-8-0-9-0. Patrick Olson. Mal sehen, was ich in dieser Akte finden kann. Junge, was bin ich schlecht im Zahlenmerken. 6-0-8 und ich am Ende eine 9 und ich will zu 6-0-9 tapern. Das ist schön. Aber es lagen auch zwei Sekunden dazwischen. Zwischen dem Zeitpunkt, wo ich die Nummer erfahren habe und dann danach suchen wollte. Okay, ich sollte definitiv was für mein Kurzzeitgedächtnis tun. Alter Falter. Erschreckend. Ich mache einen Termin beim... Beim Neurologen vielleicht. Demenz. Beginnende Demenz. Mit Anfang 30. Oh my goodness. Aber schauen wir uns die Akte hier von Patrick Olson mal genauer an und schauen mal, ob uns das hier in dieser Geschichte weiterbringt. Patrick Olson. Ein Gärtner? Das Profil dieses Mannes sieht nicht wie das eines Kriminellen aus. Scheint eher wie ein Typ, den man gerne als Nachbarn hätte. Das stimmt. Gärtner, verheiratet. Verheiratet. Zwei Kinder. Hm. Was haben wir hier? Note dined with his family. Hat mit seiner Familie zum Abend gegessen. Okay. Oder? Ja. Bei der Beobachtung wahrscheinlich. Na gut, mal sehen, was Jack dazu sagt. Sein Verhaftungsprotokoll. Okay. Er war mit seiner Familie zusammen, als man ihn wegen des Bombenanschlags auf Ricks Café am Abend des 5. November 1933 festnahm. Ein einfacher Gärtner ohne Vorstrafen jagt ein Café auf der 81. Straße in die Luft. Ziemlich merkwürdig. Der Bericht besteht nur aus bürokratischem Geschwafel. Keine Details über den Anschlag selbst. Na, da hat man wohl den Bock zum Gärtner gemacht. Oder eher den Gärtner zum Sündenbock. Kann das sein? Oder passt das hier mit der Akte nicht so ganz so nun? Hm. Okay. Was gibt's hier noch? Hier. Blinkt das Auge auf. Zeitungen. Die New York Voice, um genau zu sein. Sobald die gedruckt ist, kommen ein paar Exemplare hierher. Zu Recherchezwecken. Okay. Kann ich da irgendwas recherchieren? Ich suche nach der Ausgabe vom... Alter. Moment. Hm. 33. 33. Oh. Ich muss ja mal gucken, wann der da verhaftet wurde. Zurück, zurück. Aus. Weiß ich nicht. Nein. Also. Noch mal gucken. Welche Ausgabe wollte ich haben? Wann ist der verhaftet worden? Das... Also nochmal Akte gucken. Akte 6.0. Jawohl. Dann nochmal schauen, wann der da verhaftet wurde. ist auf jeden Fall mal 17. Dezember hat er... 17. Dezember 33. Aber der Anschlag war am 5. November 33. Anschlag am Café war am 5. November 33. Dann gucken wir uns mal zu dem Anschlag. 5. November 33. 5, 11, 33. 5, 11, 33. 5 und 11 macht 16 und ist die Hälfte von 32. 1 drauf macht 33. Ich suche nach der Ausgabe vom... 5, 11, 33. 33, 11 und 5. Nein. Das Datum sagt mir überhaupt nichts. Warum nicht? Ich suche nach der Ausgabe vom... 5, 11, 33. 33. 11 ist November. Und der 5. An diesem Tag flog Ricks Café in die Luft. Genau. Und Patrick Olsen wurde der Tat beschuldigt. So sieht's aus. Es muss in der Zeitung noch mehr Informationen darüber geben. Davon gehe ich aus. Hier ist der Artikel über den Bombenanschlag. Spitzenmäßig. Den sollte ich mir mal zu Gemüte führen. Der Artikel besagt, dass eine Explosion um 12.23 Uhr in der Nacht Ricks Café eine Bar auf der 81. Straße in der Nähe des Central Park komplett zerstört hat. Drei Menschen starben bei der Explosion. Der Besitzer der Bar, Nick Fantini, 43, verheiratet. Eine Passantin auf der Straße, Eleanor Guter, 37, Lehrerin. Und August Zindler, 58, anerkannter Professor für Archäologie im Städtischen Museum von New York. Zindler. Professor Zindler. Verdammt, das ist der Name, der in meinem Traum aufgetaucht ist. Bis jetzt haben diese Visionen immer gestimmt. Vielleicht sollte ich mal ins Städtische Museum gehen. Und ein erneuter Wink mit dem Zaunpfahl. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gucken nach dem Zindler. Der natürlich tot ist, aber er sagt, wir sollen ins Museum gehen. Aber vorher nutzen wir diesen schönen Moment hier unten im Archiv und schauen uns nochmal dieses große Poster von der New York Police an. Tada! Tja, so ist das. Und ich glaube, hier ist auch irgendwie Korruption da mit dem Malone und so weiter und den Mafiosis und der schwarzen Lilie und dem Anschlag. Und wieso soll ein Gärtner da einen Anschlag verübt haben? Es ist schon ein ganz schöner Sumpf, den wir hier stecken, den wir auf die Spur kommen. Ein Sumpf des Verbrechens. Wo es endet, wissen wir ja schon so ein bisschen. Es endet mit dem Tod von Jack. Und ja, wie es weitergeht im Museum. Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren an andere Ende von Stadt. Keine Ahnung, wo das städtische Museum ist, am Central Park. Und jetzt sind wir hier bei dem Polizeirevier. Keine Ahnung, ob das am anderen Ende ist. Fahr uns da einfach hin. Okidoki. Zum städtischen Museum am Central Park. Ganz wie wollen. Das städtisches Museum New York. Es wurde vor etwa drei Jahren im Zuge von Ausbaumaßnahmen geschlossen. Aber die Krise hat die Bauarbeiten zum Erliegen gebracht. Seitdem hat hier niemand mehr einen Fingerkrumm gemacht. Ein Mausoleum unserer Vergangenheit, um das sich niemand mehr schert. Ok. Oh, wow. Gut, hier wird offensichtlich gebaut. Geschwindigkeitsbegrenzungsschild. Was haben wir hier? New York City Museum. The World of the Dinosaurs. Oh, haben die eine Dinosaurier-Ausstellung. Das klingt doch nett. Die Welt der Dinosaurier. Schade, dass ich nicht mehr in dem Alter bin, in dem man sich für Knochen von etwas begeistern kann, das schon vor Jahrtausenden ins Gras gebissen hat. Ach, das ist doch trotzdem immer spannend, finde ich. Das steht hier am Schild. Wahrscheinlich wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Kein Zutritt. Die Öffnungszeiten des Museums. Offensichtlich werden hier keine nächtlichen Führungen angeboten. Der Haupteingang des Museums. Na, dann mal rein da. Ich bezweifle ernsthaft, dass die hier die Türen nicht abschließen. Und mit dem Dietrich-Mini-Spiel. Ich freue mir. Mir leuchtet nicht ein, wie ich diese Dinge zusammen benutzen soll. Dietrich mit Tür. Ne, das stimmt. Wie konnte ich nur auf so einen dummen Gedanken kommen. Ja. Aber irgendwie müssen wir hier rein. Und ich schätze hier wahrscheinlich irgendwie übers Gerüst klettern oder so. Ob ich damit richtig liege, meine lieben Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere mich einfach. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi. Dein Lumi.